Heroi Jenkins Uh, ja, deswegen ist es Heller Okay, das sind wahrscheinlich Wespen Sind nicht nur Wespen Welch weiter starb? Sowon So, dich darf ich zur Seite bitten Geh weg Was sind die? Ich mach automatisch Bummviecher Ähm Geh mir nicht da hin Geh mir da hin So Dann machen wir das so Geh mir ist auch weg Wie viel kommt denn da noch? 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 Ähm Gehen da hin setzen Ahoi Mädel Und äh, falsch angegriffen Wie viel kommt denn da noch mal? Wie viel kommt denn da noch? Ja Hab ich mich nicht zu machen Der Tech-Speed hat sich irgendwie verlangsamt, habe ich das Gefühl. Oder wieder etwas Neues rauskommt. Ein Ausdauertrank. So, erstmal ordentlich umschauen. Da ist gleich die Wespenkönigin schwer. Wespenkönigin Schuf 19 setzt hauptsächlich auf schnelle physische Angriffe mit erhöhten kritischen Treffern. Vorteile, Betäubungsimmunität. Okay. Ich glaube jetzt weniger Schaden als der Berserker. Na dann lassen wir sich das auch mal holen. Jo. Funky Dick. Begin hier. Zoom. Inventar. Da trinken wir doch gleich mal einen großen Heiltrank. Wo haben wir denn den Heiltrank? Heiltrank? Na Lin. Agiersektor Heiltrank. Da. Mö… Mö… Da hin. noch einmal düster hin ich sollte reißen gar kein problem die königin wespen stich netz festen stich eine legendäre abbrust mit plus fünf schaden geschickt plus vier wahrnehmung plus fünf plus 20 krit schadens bonus projekti verursacht 225 schaden chance auf ziel zurückstoßen vorteil erhöht die griff kritische treffer chance gegen ein betäubtes ziel um 100 prozent für das talent fernkampf waffen das ist natürlich cool die viel des geistes elementar zauberstab färtenfragmente adrenalin trank unsichtbarkeitstank die königin ist tot lang lebe die königin wir haben die königin gekühlt die fernkampfwesten gehen auf den sack wird hier so schön in einer reihe oder blitz dichter wir kommen doch eigentlich nicht gut durch unser bike ist schon wieder fast voll so was finden wir denn hier noch volles aus kommt ruhig mit jenna Ähhhhh Ruhm Ne, das bringt doch nichts Jetzt im Domo Ach so, dann bist du schon wieder dafür dass ich selbst gerade in die luft gejagt hast cool das ist richtig schön rund die mag ich nicht mit umgebung kämpfen das ist klug durch die umgebung sterben das ist klug ist es nicht aber einfach mal das westen ist platt gemacht und westenkönigin hier oben geht das im baum dully ich bin echt gute erfahrung machen wir dich zu feuer holz da links ha ha gewonnen letzten köder noch ein dully ach komm ran auf den meter du bist du denn dornen ist jetzt hauptsächlich physische angriffe ein ja ich habe den schweren stab ausgerüstet du kriegst das jetzt ab als ob die sich da so verstecken und mich hinterrücks angreifen aha so läuft der höse welchen nachricht willst du gelöscht habe das warum knuffe ist das etwa etwas unartiges oh ein träger eines alten glückbuchs ist auch wieder was für den äh dings so hallo zurück es ist nichts passiert 0,0 ihr habt nichts verpasst also nichts wichtiges wo kommt der sack auf einmal noch her da kommt ja schon der nächste angeschissen hallo und tschüss du gehst weg ich brauche dich danke du heiliger so eine ablenkung hier oh äh aproposchers chatting so jetzt spielen wir auch in der richtigen kategorie ich habe echt alles verlernt was stimmt ich weiß nicht was du meinst die sollten wir vielleicht einzeln nacheinander triggern wie weit ist die reichweite von dir noch das heißt ich müsste da hinspringen jetzt kann ich ein erholungskraut wo ist der zweite der zweite ist weg und die waldläufer und scharf schütze hier anspringen das ist der weg da kostet fünf bereich 9 mal 9 das scheint eine reaktion von ihm zu sein was bist du denn banditen champion dufe 19 setzt hauptsächlich physischer angriff ist verhältnismäßig robust betäubungsimmunität und reflektierter schaden auch dringend neue heilkräuter das ist ein ingenieur den sollten wir auch relativ schnell klapp machen ähm tschüss ach ja so ein typ hat ein fragment haben wir jetzt ein zauberer duell oder was da kommst du nicht weg da kommst du nicht weg da kommst du nicht weg